Die EVN eröffnete unlängst ein weiteres Service Center. Nun gibt es auch in Mödling professionelle Betreuung für die Kunden. Das EVN Service Center ist Anlaufstelle für EVN Kunden in allen Energiefragen, bietet persönliche Beratung und individuelles Service rund um den effizienten Einsatz von Energie. Mit dem nun zwölften Service Center positioniert sich die EVN noch stärker als regionaler Qualitätsanbieter. In unseren EVN Service Centern wollen wir unseren Kunden konkrete Informationen geben und jede Frage beantworten im Zusammenhang mit Energie, Wasser oder eben Telekommunikationsleistungen der Kabel Plus. Regionale Service, was bedeutet das, es direkt in der Stadt zu haben? Das bedeutet, dass wir im Service Bereich direkt näher an den Bürgern sind, dass die Wege schneller sind, dass man fußläufig ist. Letzten Endes, dass man auch Energiesport, weil in Mödling kann man die meisten Wege zu Fuß machen oder auch mit dem Rad fahren oder auch mit unserem City Bus. Und dieses neue Informationszentrum liegt quasi inmitten der Stadt und ist dadurch perfekt erreichbar. Die technischen Herausforderungen des Kundenangebots wird alles größer und die Leute brauchen natürlich auch Beratung und Betreuung. Und das ist für die EVN, da wir ein gutes Zeichen hier mitten in der Bezirkshauptstadt an einer zentralen Stelle dieses umfassende Service anzubieten. Ich bin sehr froh über diese tolle Location. Eine wesentliche Leistung, die im EVN Service Center angeboten wird, ist die Beratung zur effizienten und somit umweltfreundlichen Energienutzung. Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie ist eine Herausforderung unserer Zeit und hier wollen wir unseren Kunden und Kundinnen ganz konkrete Informationen geben, wie sie ihren Energieverbrauch optimieren können. Aber nicht nur Fragen zur Energieversorgung werden im Service Center beantwortet. Auch Kabel Plus Kunden werden hier beraten. Man kann für die Kabel Plus natürlich alles erfahren zum Thema TV, Hochleistungsinternet und Telefonie. Wir haben jetzt auch im Programm seit Februar die Mobilfunk-SIM-Kartentarife. Das heißt, man kann hier alles auch gleichzeitig bestellen, ordern, man kann einfach reinkommen, die SIM-Karte kostenlos abholen, man kann gleich vor Ort die SIM-Karte registrieren lassen, auch die Rufnummernportierung durchführen. Das sind also viele Vorteile, die wir heute unseren Kunden bieten können. Ein Kabel Plus Produkt, das man hier erwerben kann, ist der Repeater. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Das ist eben dafür da, dass man zu Hause ein besseres WLAN-Signal hat, das ist ein WLAN-Verstärker und das kann man zusätzlich zu unserer Fritzbox dazu mieten. Das Kundenservice bei EVN und Kabel Plus großgeschrieben wird, das beweisen auch die Pläne für den weiteren Ausbau der Service Center Standorte. Wir haben jetzt heute hier das 12. eröffnet, das 13. in Hollerbrunn wird in den nächsten Wochen fertiggestellt werden und dann werden wir uns diese Erfahrungen anschauen, wie weit wir das noch in Niederösterreich weiter ausrollen können.